Daniel? Wer hat das hier erfunden? Wie? Lass du den Scheiß denn? Scheiße. Hörst du auf zu lachen? Ich warte noch, wenn ich das Scheiß-Handy umdrehe. Was soll denn das? Sag mal, aus welchem Grund? Ich habe das Gefühl, du machst das mit Absicht. Du machst das mit Absicht. So geht's schon los. Du hast nichts gesagt. So sch... Daniel? Was denn? Mann, du sollst sagen, wer hat den Scheiß erfunden? Komm ich, ne? Ich glaube, das können wir. Daniel? Hat er den Scheiß hier erfunden, ey? Wie nennt man einen Polizisten ohne Haare? Weiß ich nicht. Blatzkopf. Krass.